Heute kam ein neues Promoteam raus und zwar das World Cup Story Team und damit auch eine echt coole neue Spieleraufgabe und zwar zu Timothy Ware. Wir schauen jetzt erstmal wie du die Karte einfacher spielen kannst und dann werfen wir einen Blick auf die Karte. Zeit hast du für die Aufgabe noch 7 Tage also bis zum nächsten Freitag. Du musst hier in Rivets spielen oder in Scorebettets, dann sogar nur auf Halbprofi. Gehen wir die Aufgaben mal durch. Insgesamt musst du hier 7 Spiele gewinnen. Wichtig ist, dass du 3 Spiele aus der Liga, also der französischen Liga in deiner Startelf hast. Entweder hast du die schon in deinem Main Team oder du baust dein Team hierfür ein bisschen um. Dann schaffst du das aber eigentlich nebenbei. In 4 separaten Spielen, du brauchst hier keine Siege, musst du von außerhalb des Strafraums treffen. Das ist gar nicht mal so leicht. Dieses Wochenende werden wir dazu aber ein extra Tutorial machen. Schau hier einfach mal in die Infokarte. Dann brauchst du 6 Tore mit Spielern, die mindestens 80 Schuss haben. Das haben mittlerweile echt die meisten Karten. Achte einfach darauf, dass ein paar Karten das in deiner Offensive haben. An sich schaust du das aber auch nebenbei ganz normal beim Zocken. Dann brauchst du auch noch insgesamt 6 Vorlagen mit USA Spielern. Davon hast du wahrscheinlich eher keinen in deinem Team. Hierfür kannst du einfach Spieler auf die Bank nehmen und die dann bei Gelegenheit einwechseln. Oder du machst das Ganze eben einfach mal in einem Scorebettets Spiel und hakst das einfach ab. Der Aufwand ist hier nicht allzu groß, weil du das eigentlich ganz gut mit deinen normalen Rivals Spielen verbinden kannst. Die Distanz Tore sind zwar nervig, aber auf jeden Fall auch machbar. Wichtig ist auch, du kannst und solltest die Aufgabe auf jeden Fall mit anderen Aufgaben kombinieren. Zum Beispiel gut mit Icon Tokens Aufgaben. Hier musst du ja zum Beispiel 8 Spiele mit 6 französischen World Cup Karten in der Startelf gewinnen. Die kannst du zum Beispiel gut in die Defense von deinem Team packen. Auch richtig gut eignet sich Kroatien Kreation. Hier musst du einfach 7 Vorlagen mit Kroatien Spielern sammeln. Das kannst du dann entweder auch in diesem 1 Scorebettets Spiel machen oder du packst Kroatien Spieler in dein Team oder auf die Bank. Das gleiche gilt für Senegal Spieler. So kannst du zum Beispiel gut die WEA Karte abschließen und eben noch Tokens sammeln. Wir finden hier die Karte, die man bekommt, endlich mal wieder ziemlich gut. Das war bei den letzten Spielaufgaben nicht selbstverständlich. WEA spielt für Lille in der französischen Liga, kommt dazu aus den USA, hat 4 Sterne Skills, leider nur 3 Sterne Reekfoot. Das ist aber noch in Ordnung. Gut sind auch seine Arbeitsraten. Richtig stark ist an der Karte, dass WEA nicht nur RM, sondern auch rechter Flügel, linkes Mittelfeld und sogar Stürmer spielen kann. Das ist richtig nice, um ihn einfacher einbauen zu können. Die Werte sind auch richtig stark aus. Er hat ein gutes Tempo, dazu solide Schusswerte. Auch beim passen ist er echt nicht schlecht. Dazu kann er ziemlich gut dribbeln, hat gute Kopfballwerte. Die Füße ist allgemein eher so in Ordnung. Gerade mit dem Dead Eye sehen die Werte aber richtig stark aus, den kann man auf jeden Fall mal zocken. Dazu kann man ihn auch eigentlich ganz gut verlinken. Heute kam zum Beispiel auch noch eine andere coole Karte aus den USA raus. Das Video dazu findest du oben in der Infokarte. Ansonsten gibt es hier aber auch noch Pulisic und Team Grundlagenaufgaben. Aber auch die League 1 ist echt nicht schlecht zum verlinken. Von Lille gibt es zum Beispiel noch Diallo, der ein echt starker EV ist. Das war es soweit. Was sagst du zu dieser Spieleraufgabe? Wir probieren WEA auf jeden Fall mitzunehmen. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn wir dir helfen konnten. Und check gerne noch das Video vorhin in der Endkarte ab. Da geht es um Aronsen und Bergwine. Viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Video.